Praying Mentis, die Gottesanbeterin, ist ein Insekt, das während des Liebesaktes beginnt, seinen Partner aufzufressen. Salvatrice Versicherung, Zürich, Schweiz. Wie viel hat sie zu erwarten? Sechs Millionen Franken. Schweizer Franken? Schweizer Franken. Chérie! Mein Schatz. Wie geht es dir? Schlecht, Paul. Und warum? Du hast meine Hand geküsst, aber nicht meinen Mund. Und du hast mir nicht gesagt, dass du mich liebst. Verzeih mir, Liebling. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wenn sie ihn umbringt, bekommt sie natürlich nichts. Und wenn sie es tut, ohne überführt werden zu können? Tja, dann... Dann müssen wir zahlen. Ja, das müssen wir dann wohl.